Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Aufstehen. Hey Freunde, wo seid ihr? Hallo Valeria, ich bin wach. Amber, es freut mich dich zu sehen. Komm runter. Juhu, juhu, ich bin wach. Hallo Valeria, ich bin auch wach. Dizzy, komm runter. Sind auch alle da? Lasst uns zählen. Eins, zwei, drei und vier. Da fehlt doch einer. Ich bin hier, ich bin hier. Ruby, was machst du denn? Ich bin ein Pirat und ich muss trainieren. Ich muss immer fit sein. Nein, nein, stopp. Das Schwert ist nicht zum Spielen da. Super, alle sind da. Jetzt ist es Zeit, uns zu waschen. Ja, ich muss meine Reifen reinigen. Das ist der Schlauch zum Waschen. So, du bist fertig. Ich möchte auch den Schlauch. Ich möchte auch den Schlauch. Na klar, Ruby. Oh, es ist erfrischend. Juhu, juhu, das macht Spaß. Wir sind fast fertig. Oh, danke Valeria. Das ist erfrischend. Den Schlauch brauchen wir nicht mehr. Jetzt seid ihr alle sauber. Zeit zum Spielen. Oh, super. Was spielen wir denn heute? Heute spielen wir im Supermarkt. Oh, prima. Ja. Freunde, wer möchte den Kassierer spielen? Ich möchte, ich möchte kassieren. Super, Freunde. Na los. Ich als erstes, ich als erstes. Amber, schau mal. Ich habe einen Einkaufswagen für dich. Oh, danke. Hm, Tomaten, Paprika, Kartoffeln. Amber, kannst du mir sagen, welche Farbe hat die Tomate? Na klar, ich weiß es. Die ist rot. Prima. Ich nehme Nudeln und den Tee. Okay. Oh, ich bin fertig. Wer ist als nächstes dran? Dizzy, möchtest du? Dizzy, möchtest du? Hm. Ich möchte Kaffee. Hm. Kaffee wird dir nicht gut tun. Probier Kakao. Das schmeckt besonders lecker. Für deinen Kakao. Für deinen Kakao brauchst du auch Milch. Hier haben wir Milch. Hm. Zum Kakao passen auch Kekse. Super Idee. Ich mag kein Kakao. Ich möchte Saft. Hm. Ich habe Orangensaft oder Pfirsichsaft. Hm. Ich mag O-Saft. Ihr habt schon so viel eingekauft. Es ist Zeit abzukassieren. Das macht 47. 10. 20. 30. 40. 50. Super, Kay. Du hast 50. Ich muss dir 3 zurückgeben. Rubi, nein, nein. Behalt die 3. Die sind für dich. Oh, danke. Super, Leute. Das habt ihr prima gemacht. Und jetzt könnt ihr spazieren gehen. Juhu. Wartet auf mich. Ich komme auch mit. Freunde, Freunde. Schaut euch das an. Oh, nein. Schaut euch diesen Wagen an. Der ist umgestürzt. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Oh, es ist schwer. Auf 3 drehen wir ihn um. Auf 3 drehen wir ihn um. 1, 2, 3. Los, 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 los. Oh, er ist riesig. Das habt ihr prima gemacht. Oh, schaut mal. Diese Formen müssen in den Wagen rein. Oh, das ist ein Quadrat. Der ist rot. Und da steht B drauf. Oh, ich weiß. Das muss hier rein. Schaut mal. Das ist eine Raute. Die ist lila. Und da ist ein K drauf. Das ist ein Kreis. Und der ist grün. Und da ist ein O drauf. Das ist ein Rechteck. Der ist blau. Und da ist ein P drauf. Hier fehlen noch zwei. Das ist ein gelbes Dreieck. Und hier haben wir ein weißes Fünfeck. Super, Ruby. Super. Super. Juhu, juhu. Wir haben es geschafft. Pass auf dich auf. Tschüss. Hallo, Freunde. Wie war euer Spaziergang? Lasst uns hier ein Picknick machen heute. Wirklich? Ein Picknick? Das ist eine super Idee. Oh, ich mach das Feuer. Super, Ruby. Oh, ich liebe Traubensaft. Oh, super lecker. Aber, Valeria, was wollen wir grillen? Wir grillen heute ein paar leckere Würstchen und Gemüse. Aubergine und gelbe Paprika. Oh, juhu, juhu. Jetzt müssen wir etwas warten. Valeria, ich glaube, das ist alles schon fertig. Ja, du hast recht. Guten Appetit euch. Mh, ist das lecker. Mh, ich liebe Gemüse. Oh, die Würstchen sind echt lecker. Mh, lecker. Valeria, danke für unser Picknick. Oh, schaut mal, ihr habt alles aufgegessen. Es ist Zeit, zum Kindergarten zu gehen. Eure Eltern kommen gleich. Okay, tschüss. 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 Bis morgen. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.